Willkommen zurück zu SFS Ideas. Heute schauen wir uns ein paar Ideen an, die tatsächlich schon in SFS implementiert wurden. Bei all den Sachen, die ich euch zeigen werde, habe ich keine Ahnung, ob meine Idee tatsächlich dazu geführt hat oder ob noch andere dazu was gesagt haben, noch Ideen hinzugebracht haben. Dementsprechend, keine Ahnung, ich habe, aber es sind auf jeden Fall Ideen, die eingeführt wurden. Das schauen wir uns einfach mal an. Und zwar haben wir hier als allererstes, ja, eine Textur, die vorher nur für Treibstofftanks existiert hat, aber nicht für Separatoren, was ich merkwürdig finde. Deshalb habe ich ja eine Idee darüber gemacht. Ist jetzt wirklich nichts Besonderes an sich, ja, das ist eben diese karierte Textur. Die gibt es für Treibstofftanks, die gibt es aus irgendeinem Grund nicht für Separatoren. Keine Ahnung. Jedenfalls wurde das irgendwie im nächsten Update danach implementiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob andere darüber auch gesprochen haben, ob ich dann der entscheidende Faktor dabei war. Keine Ahnung. Jedenfalls, das wurde hinzugefügt, ist natürlich wunderbar. Das bedeutet, dass jetzt die Skins quasi gleichmäßig sind, überall dieselben Skins verfügbar sind. Zumindest meistens, weil die Nutzerlastverkleidung weniger Skins haben als die Treibstofftanks oder die Separatoren. Ist ein bisschen merkwürdig, aber was kann man machen? Darüber könnte man auch eine Idee machen. Also, als nächstes haben wir Querformat und das habe ich mir so überlegt. Also, an sich hat man halt die Leiste an der linken Seite mit den ganzen Teilen da drinne und da hat man in der Mitte das normale Baufeld. Ich habe nicht darüber nachgedacht, das Baufeld einfach auch quer dann zu machen, sondern ich habe das einfach hochkant gelassen und dann eben einfach nur den Bildschirm quer gemacht. Das wäre natürlich auch eine Option, die so nicht existiert, aber natürlich im Querformat zu bauen, das gibt es. Also, ja, mehr oder weniger existiert das quasi schon. Und die dritte Sache, die wir uns anschauen werden, ist, ja, Richtungsfeile beim Anflug an eine Raumstation. Ihr seht ja meine Mikroraumstation, ihr seht dann halt den Lander, ihr seht den weißen Pfeil, das ist ja der normale Flugrichtungsfeil und dann haben wir Target, Velocity, also Geschwindigkeit relativ zum Ziel, was wir uns gesetzt haben, in dem Fall natürlich die Raumstation und die beträgt hier 2,5 Meter pro Sekunde. Das habe ich mir jetzt erstmal nur so ausgedacht. Also, im Grunde, das zeigt einem an, wie schnell man relativ zur Station fliegt und in welche Richtung. Das wurde dann natürlich ein bisschen anders implementiert. Wir haben jetzt zwei Pfeile, quasi eins direkt relativ zur Station und eins, was quasi senkrecht dazu verläuft. Also, nicht exaktes selbe und natürlich die Pfeile sind in der Mitte am Raumschiff dran und nicht am Rand, wie der normale Flugrichtungsfeil. Dementsprechend, es ist nicht ganz dasselbe, aber es hat auf jeden Fall einige Ähnlichkeiten. Das müsst ihr schon zugeben. Und das wäre dann auch schon die dritte Idee. Also, bisher wurden noch keine weiteren Ideen, die ich habe, implementiert. Aber wer weiß, vielleicht in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft? Keine Ahnung. Irgendwann wird das bestimmt alles mal hinzugefügt. Ähm, es sind halt relativ einfache Ideen, die ich habe, ja, die locker in dieses Vanilla-Konzept hineinpassen könnten. Dementsprechend denke ich mal, dass es eigentlich nicht so abwegig ist, ja. Ich erwarte nicht, dass man irgendwie, äh, keine Ahnung, Bomben hinzufügt. Sowas erwarte ich gar nicht. Dementsprechend denke ich mal, das könnte irgendwann mal hinzugefügt werden. Aber, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt sie mal unten in die Kommentare. Ansonsten, ähm, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ansonsten, äh, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ansonsten, äh, bis zum nächsten Mal.